Die Headshots waren böse Alter, sieh dir das, sieh dir das geniale Loch an. Es ist einfach extrem. Geil. Nein! Zwei Team-Mate-Profis schon mal weg. Der will auf der jetzt an. Ja, ja. Du bist so lustig. Aber ich... Das muss mich ein bisschen wie er fangen. Ja, ja. Ich wusste gar nicht, dass hier das Objektiv ist. Okay, ich sitze hier vielleicht ein bisschen drauf. Das ist nicht dein Ex. Wir waren ja so strunzdämlich. Ja, schick dir deinen YouTube-Link, Alter. So machst du dich beliebt. Ja, Mann. Das einzige, was ich da sammle, ist Dislikes. Enjoy the fucking band, Nigga. Wie oft ich die Nachrichten gekriegt hab. Was ist mit Lavelle? Er hat aber auch das Fenster kacke angeschlagen. Ein aus Low-RP auf dem Dach. Oh! 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 Ich bin schon tot gewesen. pueden ausgeleihen nevermind. Ich habe auch Dodge breach gemacht, hab ich gehört. Aha, Robin. Nice. Mach mal, bitte! Gibt's denn irgendwas für den Arsch. Au äh ja, Craig. Oben am Dach. Apitao. Reported. Mann wie oft denn heute noch? das passiert im ring genauso ich bin jetzt auch auf 90 Achtung ich mache auf dem ne die models sind ja kleiner mit 90 lol ich habe legion geinjured durch das hedge ich hab ihn schon er ist schon da ich bin schon auf b weil seiner kommen wird du hast es nach oben gerannt ich hab ihn mit rektoren warte kurz geht mal planten sie ist oben Nein! Fichser, das wäre mein S gewesen. Egal. Na, ist gut gespielt. Die schoben und zack los. Ne, du schiebst, du spielst mit dem Dreieck, ne? Mit dem grünen Dreieck, spielst du, ne? Planting toxins. Nido-Set. Setting Nido-Candy. Welche Shet? Ich wollte gerade sagen, es gab Finger, aber ich war im Handy. Na, ist gut. Ich wollte gerade sagen, es gab Finger, aber ich war im Handy. Ich hatte mal den Schiff. Ich wollte gerade sagen, ich hatte keinen Knut. Ich wollte gerade sagen, es gab in den Schiff. Ich bin schon wiederたくさん. Ich bin also dabei. Ich bin auch sicher. Ja gut. Ich weiß auch nicht wie ich das netzschot mache. Also, das ist toll. get wrecked bitch okay es war ein bisschen lucky dass der verschossen hat in dem moment eigentlich nicht tot sein müssen